Meine Leidenschaft gehört einfach der Kunst und ich versuche, Menschen quasi mitzureißen und für Dinge zu begeistern, die bis zu diesem Moment noch gar nicht Teil ihres Lebens waren. Ich heiße Sarah Dahme und bin Kunst- und Kulturvermittlerin in Stuttgart. Der Kulturkiosk ist eigentlich ein Begegnungsort. Das klingt jetzt ein bisschen kitschig, aber tatsächlich geht es darum, dass Menschen dort ganz unkompliziert mit Kunst und Kultur zusammentreffen können, ohne sich dabei wehzutun, gemütlich ein Bier trinken können und eine gute Zeit haben. Heute Abend machen wir ein Konzert ohne Konzert. Wir projizieren nämlich eine Aufnahme einer unserer Tiny Window Konzerte zusammen mit Anna Gemina, die da gespielt haben. Denn irgendwie so ein bisschen das Gefühl von live ist doch ganz schön.